Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Commander Conker Alarmstufe Rot Remastered Edition auf Seiten der, ja Frage, jetzt habe ich keine Ahnung, weil, wo war jetzt ein Alliierten-Symbol? Ja, keine Ahnung. Jedenfalls, in der letzten Folge haben wir die letzte Nachholmission der Russen fertig gemacht. Somit haben wir jetzt alles durch, außer die Ameisen. Und damit beginnen wir jetzt. Okay, liebe Freunde, wir haben den Kontakt zu einem Außenposten verloren. Bevor der Kontakt zusammengebrochen ist, haben wir eine Nachricht über Riesenameisenempfang. Wir sind uns nicht sicher, was wir davon halten sollen. Wir wollen das Ganze deshalb untersuchen. Erkunden Sie das Gebiet, stellen Sie den Außenpost wieder her und erstatten Sie Bericht. Falls es eine Bedrohung gibt, wird Ihnen mit Verstärkung ausgeholfen. Das ist ja nett. Halten Sie die Basis funktionsfähig und bleiben Sie in Funktion Funkkontakt. Wir wollen den Außenposten nicht ein weiteres Mal verlieren. Gut. Ameisen. Hallo? Ameisen, habe ich gesagt. Jetzt. Okay. Alles klar. Los geht's. Die letzten Missionen. Ameisen? Wollen Sie mich verarschen? Haben Ihnen die Ameisen die letzten Feldrationen weggefressen, oder was? Was? Wie groß? Verluste? Was soll das heißen, Sie sind im Süden durch die Abwehrlinien gebrochen? Hören Sie mal zu, Soldat. Wenn wir England verlieren, dann bestimmt nicht an einen Haufen Ameisen. Es interessiert mich nicht, wie groß die sind. Es ist mir ehrlich egal, wie Sie es anstellen. Ich glaube auch verdammt nochmal nicht, dass das mein Problem ist. Sagen Sie Ihren Männern, Sie sollen da rausgehen und ein paar Ameisenärsche grillen. Ameisen? Was ist das denn? Was war das denn für eine geile Katze? Hab ich ja gar nicht mehr im Kopf. Naja. Schau dich das an. Tatsächlich? Riesenameisen! Es kam von Red Island. Was ist das? Grillen wie ein paar Ameisenärsche. Kabel, ey. Du bist der Beste, wirklich. Wir spielen tatsächlich die Alliierten, okay? Wenn die England verlieren. Ja gut, okay. Es ist anscheinend England. Okay. Dann fangen wir mal an. Mal gucken, was uns hier erwartet, ey. Ja, Sir. Sofort. Aha. Okay, tatsächlich. Wir spielen... Ne, wartet mal. Doch. Es sieht so aus, als würden wir Alliierte spielen. Aber... Irgendeine lustige Farbe. Wir sind eine gelbe Farbe. Das heißt, wir sind irgendwie... Ein Sondertrupp. Okay, mach das mal kaputt. Das ist eine Geldkiste. Ja, wo holt ihr das? Warum ist das jetzt so lahm hier? Hey. So, wo ist denn diese Basis, von der die gesprochen haben? So, dann... Ah. Wunderbar. Zeit. Okay, wir müssen einfach nur überleben. Gut. Alles klar. Dann würde ich sagen, baue ich aber... Aha, seht ihr das da? Da sind die Ameisen, das sind unsere Gegner. Das sind unsere Gegner. So. Man baut einfach jede Menge Manneken hier. Da. 20 und Sammler, du sammelt es hier, ja? Ja. Liebe Leute, darf ich vorstellen, das sind unsere Gegner. Die Ameisen. Da, da sind sie. Schaut euch das an. Und die greifen meinen Sammler an. Genau, ja. Und ich glaube, dass diese... Ah, ein Helitrans. Sehr gut. Weil ich glaube, nämlich... Wo denn? Ah, hier. Ich glaube nämlich tatsächlich, dass diese Ameisen-Kampagne hier... Äh, deutlich heftiger ist, als die Dinos in, äh... Tiberium-Konflikt. Jetzt hört doch mal auf! Lässt ihr meinen Sammler mal in Ruhe? So, jetzt hier, kommt. Hey, hey, hey. So, mein Gott. So, mein Gott. Wo jetzt? Eine Flammenameise! Seht ihr das? Das ist eine Flammenameise. Oh mein Gott. Ja, tatsächlich, Leute. Ja, tatsächlich, Leute. Eine Flammenameise. Ich brauche allerdings einen zweiten Sammler jetzt hier. Ich brauche unbedingt einen zweiten Sammler. So. Ähm. Ihr merkt schon, die haben es in sich. Leute, die haben es echt in sich. Die gehe ich nur hier. Und ja, da kommen sie schon wieder. So. Aber die können zum Glück keinen Turm alleine platt machen. So, dann macht die kaputt. Los. Kaputt machen die Scheiße. Grillen wir die Ameisen-Ersche. Nein! Ja, toll. Haha, scheiße. Das war's dann. Ja, die haben die Raffinerie-Platt gemacht, die Schweine. Ich kann jetzt eigentlich nur noch überleben hier. Boah. Ja, das kann ich eigentlich neu starten. Oh, oh, oh. Erste Ameisen-Mission. Und schon hier. Und schon ein Fail. Ihr merkt's, ne? Die haben es in sich. Die haben es echt in sich. Sofort. Ja, gut. Dann fahr aber bitte direkt in die Basis rein. Das Dorf hier ist fast platt. Okay. So. Dann bau bitte einen nächsten Sammler. So. Okay. Okay, ähm. Gut. Da kommen sie schon. Warum kommen die denn schon so früh jetzt hier? Warum kommen die denn jetzt auf einmal so früh? Hä? Na gut, aber ich glaube, wir müssen hier nur bestimmte Wege absperren. In Ordnung. In Ordnung. Wo ist denn jetzt der... Wo ist denn jetzt mein Trupp? Der ist hier oben. Okay. Aha, schaut mal. Da ist eine Brücke. Die können wir platt machen. Sehr gut. Die Brücke ist schon mal weg. Die hier ist auch fast platt. So, da ist noch eine Ameise da unten. Lass den Sammler in Ruhe, ja? Lass den Sammler in Ruhe. Du Drecksvieh. Oh, schon wieder da unten. Das kann ja wohl jetzt nicht sein. Ey, 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 ey. Was? 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 Das ist ja wohl nicht wahr. Ey. Kann das mal ein bisschen... Könnt ihr mal ein bisschen warten? Hallo? Na gut, ich brauche die Kohle noch am Anfang. Ich brauche die Kohle. Ähm, wo war sie denn? So. Jetzt lass bitte... Ist denn die Kohle hier? Da. Okay, da ist nämlich ein Gelddings. So. So, da kommen sie. Alles klar. Lass die bitte hier stehen. So. Die Kack-Raffinerie muss ich beschützen, ey. Mann. So. Alles klar. Also, das ist eigentlich so der Schlüssel hier eigentlich zum Erfolg. Deswegen war ich eigentlich ein bisschen überfragt jetzt gerade, weil ich auch... Wir können ja auch nichts bauen, ne? Das ist es ja. So, die Brücke ist weg. Jetzt ist das schon wieder... Das gibt's doch nicht! Das gibt's doch nicht! Alter. Das kann doch nicht wahr sein. Wie oft will ich das hier... Hä? Das hab ich aber definitiv ein bisschen einfacher in Erinnerung. Die sind ja heftig! Ja, das kann lustig werden irgendwie. Jawohl. Das kann lustig werden, Leute. Äh, ja. Oh, bam. Geh hoch da. Hier ist sogar ein kaputt, dein Schiebschott mal. Okay. Ähm, ja. Sammler, sammeln bitte hier unten ein. So. Ähm, dann kommt jetzt gleich hier eine. So. Ja. Und sehr gut. Und die Energie reparieren, ganz wichtig. Und die Werkstatt. So. Jetzt komm heim hier. Mann, ey. Mann, dieses Scheiß-Vieh. So. Ähm, ich brauch noch einen Sammler. Mensch. Leute, Leute. Ich glaub, ich brauch hier nur Miniken. Das ist einfach besser. Oh, Sammler, bleib mal hier. Bleib mal hier, bitte. So. Äh. Mensch. So. Ähm. Haha. Diesmal nicht. Diesmal nicht. So. Sehr gut. Diesmal nicht. Ha. Diesmal nicht, Kollegen. So. Wunderbar. Dann können wir ja eigentlich... Die haben keinen Bock. Ja, finde ich gut, ey. So, dann können die hierhin. Jetzt lasst doch den Sammler in Ruhe. Mann. Lass diesen Kacks-Sammler in Ruhe, Mann. Äh. Bestätigen. Ey, nee. Nein, 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 nein. Und hier oben auch? Da ist wieder die Flammen. Alter. Ich geh doch dahin. Boah. Ich glaub, das ist ein bisschen zu schnell. Oh, Leute. Ich muss den reparieren. Boah. Alter Schwede, ey. Alter Schwede, alter Schwede, alter Schwede. So, ich brauch eigentlich einen... Diesmal nicht hier. Diesmal nicht. So. Ähm. Jawohl. In Ordnung. Natürlich. Ja, mach mir nur meine Sammler weg. Ist okay. Ähm. Da ist noch eine Flammenameise. Wir warten ihre Befehle. So. Wo ist jetzt die nächste... Das nächste Geldfeld. Ich muss eigentlich nur überleben hier, ne? Das ist das halt. Aber, ja. Sag das mal einfach mal so. Erkunde mal bitte ein bisschen. Gibt's hier noch eine Brücke oder so, wo die herkommen, die Dinger? Da oben, ne? Haha. Da oben ist auch wieder was. So, hier. Da ist noch wieder Geld. Sehr gut. So, 20. So. Sehr schön. Leute, alles klar. Da oben ist Geld. So, ich glaube, dann kann ich jetzt auch mal dran denken, hier oben ein paar Melikon hinzustellen. Weil die kommen immer aus einer bestimmten Gegend, die Ameisen. Ach, weißt du was? Dann mach doch hier. Sammle doch hier. Oh Gott, wenn die erste Mission schon so schwer ist, ey. In Ordnung. Ah, seht ihr, sie kommt von hier unten? So. Ich muss aber aufpassen. Nein! Hört ihr auf! So. Bam. Okay, sehr gut. Ähm, hier weitermachen. Auf da. So. Seht ihr, sie kommen nämlich auch von hier unten. Bestätigt. In Ordnung. So, da muss ich mir jetzt nämlich noch was anderes überlegen. Ähm, die schützen bitte hier die Sammler. Komm mal heim, bitte. So, ihr stellt euch bitte hier unten hin. Da sammeln die sich da unten. Okay. Puh. Okay. Ja, klar. Macht ihr... Boah, machen die einen Schaden. Das gibt's, das gibt's doch nicht, ey. Tja, einmal nicht aufgepasst, ne. Da kommt eine Flamme anweise. Alter, das kann doch nicht wahr sein, Leute. Jetzt hab ich schon wieder beide Sammler verloren. Ach, das ist doch ein Dreck hier, echt. Die befohlen, in Ordnung. Ja, gut, aber... Das ist jetzt zumindest mal abgesichert. Äh, haha, ja. Hä, wo denn? Ja, sofort. Um Gottes Willen. Ja, ich glaube, in der nächsten Mission kriege ich hier einen Bauhof. Sofort, in Ordnung. Sofort, in Ordnung. Stell dir mal bitte da ab. Ja, wie gesagt, ein Sammler kann ich mir jetzt nicht mehr leisten. Das ist halt das Ding, ne. Einen Sammler kann ich mir nicht leisten. Das Ziel kann ich verticken, aber... Das reicht nie und nimmer für den Sammler. 1400. Dafür haben wir jetzt ein bisschen Ruhe, tatsächlich, ja. So. Sehr schön, Leute. Dafür haben wir jetzt tatsächlich ein bisschen Ruhe. So, ein kaputter Jeep. Ah, hier die Verteidigung, die ist mir ein bisschen zu wenig. Das ist halt echt... ...kacke. Oh, geil. Der Playstation-Soundtrack. Hahaha, geil. Wo kommt die denn jetzt her? Hä? So, Mann. Jetzt kommen hier auch noch welche, bam. Wo kommt die denn her? Hier. So. Geil, Leute. Der Playstation-Soundtrack. Ich werde nicht mehr. So. Weg hier. Mann. Ja, der Sammler, das kann ich vergessen gerade. Ähm. Jawohl. So. Platt machen. Platt machen. Sehr gut. Platt machen. Wow. Gott sei Dank, ey. Ja, Sir. Ja, sechs Sammler, klar. Ich kann mich doch nicht mal einleisten hier. Okay, da kommen... Hahaha. Ich hab da abgeriegelt. Freunde. So. Ja, Armisen-Kampagne. Willkommen. Echt schwieriger als gedacht. Dabei ist das noch die erste Mission. Sehr gern. Ah, hier oben ist eine Brücke. Wenn ich das Panzer hätte, könnte ich die Platt machen, aber ich hab ja keine Panzer. Finde ich hier noch irgendwo Geld vielleicht? Ja, fünf Minuten, das reicht, Leute. Finde ich hier kein Geld mehr eigentlich. Sehr gern. In Ordnung. In Ordnung. Ah, seht ihr das da? Jetzt kommen sie nämlich angekackt. Von allen Seiten. Vier Minuten. Haha, seht ihr das? So, da sind zwei Flammendinger. So, macht die alle platt. Sehr gut. So, jetzt wird's... Jetzt wird's... Alter. Jetzt wird's krass. Okay. Und hier. Okay. Gut. Haben wir überstanden. Nee, aus dem... Ach, du Scheiße. Ich hab keine Einheiten mehr. Für gar keine Einheiten mehr. Oh Mann. Ich hab auch kein Geld oder so. Zwei Minuten. Und da kommen schon wieder zwei Flammendinger. Oh. Leute. Everything, ja. Ähm. Give him hell, ja. So, okay. Nee, es waren keine Flammendinger. Okay. Ja, gut, aber dann passt das doch. Na, dann passt das doch. Sehr gut. Und wir haben eigentlich den... Die Basis komplett noch stehen. Außer das... Die Werkstatt. Gut. Panzer. Und ein Bauhof. Ja, sehr schön. Alles klar. Cool. Okay. Mission erfolgreich. Weiter geht's direkt, ne. Die Ameisen kann wieder... Drei Missionen noch. In diesem ganzen Let's Play. Kaum zu glauben. Riebens Riesenameisen. Jetzt, wo ihr MBF eingetroffen sind, müssen sie sich... Müssen sie die Zivilisten im Gebiet evakuieren. Diese Menschen können den Ameisen nichts entgegensetzen. In ihrer unwirklichen Übergebung gibt es zwei Dörfer. Sie müssen die Zivilisten finden und bei der Insel im Nordwesten in Sicherheit bringen die Missionen. Zerstören sie außerdem alle Brücken in der Gegend, damit sie nicht von den Ameisen überrannt werden. Schalten sie die Brücken aus und evakuieren sie mindestens einen Zivilisten aus jeder Ortschaft, damit die Mission ein Erfolg wird. Ja, Gott sei Dank gebt ihr mir hier noch Geld und einen neuen Sammler. Weil, äh, ja. Das könnte echt ein bisschen kacke werden sonst. So, dann bau bitte noch zwei Sammler. Und wir haben einen Bauhof. Bauhof, das ist schon mal saugut, ey. Schon mal sehr gut. Okay, alles klar. Wir können uns auch hier ver... Ach, Trappen. Aha, wir haben Attrappen. Okay. Ähm, Bunker. Bunker bauen wir hier am besten. Gegen die Ameisen. Äh, weil die Geschütztürme... Die bringen da nicht so viel. Wirklich nicht, Leute. Wirklich nicht. Bunker. Lieber Bunker. Weil ihr habt es ja gesehen. Wird gebaut. So. Wir haben drei Sammler im Einsatz. Sehr schön, Leute. Alles klar. Das heißt, wir bauen uns jetzt eigentlich erstmal... Wir mauern uns erstmal zu hier. Hier oben ist das ein Boot. Okay, das müssen wir dann... Da kommen. Haha, schaut mal. Die gehen kaputt. Warum gehen die denn kaputt? Haha, ihr dreckigen Biester hier. So, dann mauer ich mich mal weiter zu. Einfach nur mit Bunkern zumauern. Hey, was soll das jetzt hier? Energie nachbauen. Okay. Da kommen die an den... Einheiten vorbei, das ist ja nicht wahr. Mach die platt hier, so. So, los hier. Zack. Eine Flakstellung. Wozu brauchen wir denn eine Flakstellung? Hallo? Eiskalt das Ding. Echt. So, wir brauchen hier einfach Bunker. Ohne Ende Bunker, ey. An jedem Eingang am besten. Drei Stück. So. Damit wir da auch genug Firepower haben, sag ich mal. So, dann sind wir nämlich auch schön abgesichert. Hahaha. Und hier unten komme ich jetzt zwar nicht... Ah, doch, da komme ich noch raus. Sehr gut. Und... Ja, liebe Leute, dann freue ich mich, dass ich mal wieder hier dabei sei. Wenn man eine Konkurrenz remastert hat, die Ameisenkampagne. Und... Konstruktion abgeschlossen. Wie gesagt, ich hoffe, ich hatte euch ja auch wie vorher gefällt. Wir waren hier die Ameisen platt machen, hoffentlich. Und... Jo, da muss ich jetzt allerdings mal überlegen, wo war denn hier jetzt nochmal das Dorf? So, wir haben mal einen Panzer, bitte. So. In Ordnung. So. Oder acht reichen auch, so. Zehn Panzer, all in all, reichen auch aus. So, ich muss jetzt mal gucken, wo die Dörfer hier waren. Ah, die haben keine Chance mehr. So. Bämst. Sehr gut. Seht ihr das? Die haben gar keine Chance mehr. Ja, gerne. In Ordnung. In Ordnung. Wie geil, Leute. Okay. Ähm... Da oben muss ich die absetzen. Okay. In Ordnung. Kann man die Alters abballern? Nee, kann man nicht. Okay. Wir sind ja die Guten, ne? Unser Stützpunkt wird angegriffen. Mach einfach Platz, komm. In Ordnung. Aber nee, warte mal. Wir haben Grenadiere, ne? Ja, Sir. Wir haben Grenadiere. Bereit zum Einsatz. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Und vor allem, was mir gerade mal auffällt, wir haben ein Rohrpanzer. Was tust du denn hier? So. Wir haben ein Rohrpanzer, das heißt, wir haben eigentlich... Ja, nee, wir haben auch geschützt. Hör mal. Aber trotzdem, das erinnert mich so ein bisschen an die Spielweise der GDI. Hier, Tiberium-Konflikt und so. Ja, das kann gut hinkommen. Weil nach dem Alarmstufe Rot hat sich ja auch die GDI gebildet. Also das kann schon hinkommen. Das kann schon hinkommen, aber... Ganz sicher... Diese Viecher da oben. Ganz sicher bin ich mir nämlich auch nicht. Ach, die Energie. Verdammt. Ja, gut, egal. Ja, Mucke ist jetzt außen. Okay. Ah, die, oh, die, oh, die, oh, die, oh. So. Sehr gut. Sehr schön, Leute. Das haben wir geschafft hier. So. Die, oh, die, oh, die, oh, die, oh, die, oh. Die Mucke ist so geil. Alles klar. Dann erkund mal ein bisschen weiter mit den Manikken hier. Die haben keine Chance mehr. Sehr gerne. Wunderbar. Kannst du gerne versuchen. Sofort. Die, oh, die, oh, die, oh, die, oh, die. In Ordnung. Geile Musik. Und, äh, ja. Dann machen wir weiter. Dann hätten wir jetzt eigentlich auch die Panzer, ne? Die sind ein bisschen schneller als die Manikken. Die, oh, die, oh, die, oh, die, oh, die, oh, die. So, dann mache ich hier unten nochmal zwei Bunker schön hin. What? Da ist eine. Ich höre ich das auch an. Ameisen, Leute. Total crazy. Ah, da ist. Haha. Da ist eine super Ameise. Seht ihr das da? Bam. So, da sind super Ameisen. Die sind nochmal stärker. Die sind nochmal stärker. Und hier oben sind tatsächlich Zivilisten. Oh Gott. Jetzt brauchen wir tatsächlich schon Silos. Ja, dann, Sammler, bleibt mal stehen. Dann bleibt mal stehen, bitte hier. So, du auch bitte. So, komm mal rein und, äh, wartet mal ab. So, was haben wir hier? Wir sollen hier noch Brücken platt machen, ne? Die sind Fässer. Na ja, gut. Genau, wir müssen Brücken platt machen. Die haben wir nämlich schon platt gemacht. Seht ihr das? Die Brücken haben wir beim letzten Mal schon platt gemacht. Alles klar. Aha. Was kommt da? Was ist das denn? Was ist das denn? Feindliche Einheit. Warum ist das feindlich? Ja, gut. Dann macht das halt kaputt da. Okay. Geld. Noch mehr Geld. Wir haben hier ein Gelddepot gefunden. Ja, gut. Aber die Kohle, die werde ich eigentlich gar nicht mehr brauchen. Na ja, gut, liebe Leute. Da würde ich mal sagen, speichere ich euch das erst mal ab. Mission 2 Ameisen. Und da würde ich mal sagen, liebe Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da und lasst die Glocke läuten. Äh, würde ich mich sehr freuen. Jetzt siehst du gerne weiter, den Kanal. Ja, Sir, sehr gerne. Und, ja, bis hier weiter geht's sehen wir beim nächsten Mal. Und da würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Tschö, tschö.